Hallo, mein Name ist Silke Nitz. Ich arbeite im Intercontinental Hotel in der Personalabteilung und bin verantwortlich für die Ausbildung bei uns im Haus. Hotelfachleute, Köche, Refas, alle sind vertreten. Ich freue mich jedes Mal wieder, wenn wir neue Auszubildende bei uns im Hotel begrüßen und ich sie begleiten darf auf ihrem dreijährigen Weg in den Beruf hinein und sie motivieren darf, dabei herauszufinden, welche Richtung sie nach der Ausbildung einschlagen wollen. Denn die Vielfältigkeit von diesem Beruf ist so groß, dass man danach alles machen kann. Ich bin mir sicher, dass wir als Ausbildungsbotschafter in den Schulen die jungen Leute motivieren können, uns sich für diese Berufe wie Hotelfachleute, Koch zu begeistern. Wir werden in die verschiedenen Schulen gehen, um zu zeigen, dass wir als Hotels in der Zukunft ganz, ganz spannend sein können. Ich bin mir sicher, dass wir als Hotels in der Zukunft ganz, ganz spannend sein können.